mh, Fleisch ist klar Ah, ha, 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 ha Wie springt er denn da? Nicht ordentlich Ah, fick dich, du fuck Aber dieses Mal machen wir echt nur eine halbe Stunde, ne? Ja, reicht doch Denksten bin ich etwas länger und weiter gekommen Na, was kommt denn danach? Wollt ihr mich rollen? Ja, wollen sie Wieso die? Wenn du die, die meine du? Ha, 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 ist da hinten nicht das Ende? Nein, da hinten ist es nicht Das wär zu einfach Ja Mir ist das viel zu einfach für dich spielen Dass das Ende dann so schnell ist? Ja Oh, ich hab schon wieder scheiße gesafet. Oh, scheiße gesafet. Aber wozu ist das auch geil, wenn er nicht springen will? Scheiße, wenn da so viele Pflanzen sind. Wenn er nur einen kleinen Hüpfer macht mit einmal. Habada! 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 Und weißt du was? Stefan ist auch gut, ne? Wir haben noch nicht mal den ersten Teil von Kai so durch. Aber ihr macht trotzdem noch den zweiten. Hahaha, bester Scherz. In welcher Willy Wonka Schokoladenfabrik haben wir gearbeitet? Wieso klar machen wir das noch? Habada! Habada! Na, weil wer weiß wann überhaupt. Ich mach sicherlich nicht, nachdem wir hier vielleicht das geschafft haben. Habada! Mit Sicherheit nicht. So fach bin ich nun auch nicht. Habada! Habada, das ist Ende! Oder bist du verrückt, Flash? Na ja, du bist ja, stimmt ja. Aber nicht gleich zum Teil nochmal hinterher, ne? Habada! So? Ja, ich weiß es gerade. Ich muss mich gerade konzentrieren, dass ich da hinten hinkomme. Egal. Toll. Und diese scheiß Pflanzelber da unten habe. Deine Oma. Oder den unsichtbaren Block, der mir auf den Nüsse geht. Irgendwann ist der Controller kaputt, weil ich den so oft durchdrücke. Ach was wir. Bei manchen Controller ist es aber so, wenn du ganz leicht drückst, dann gehen die besser mit springen und so, als wenn du zu doll drückst. Nein. Der muss gedrückt werden, der braucht Liebe von mir. Ja. Wir springen mal gegen den Block grad gegen. Verdammte Scheiße. Das wird dich nachher richtig ankotzen mit dem Block. Abweichens bin ich zum Safe gekommen. Aber ich glaub weiter komm ich jetzt eh nicht mehr. Hab er da. Meine Finger. Tut dir auch schon so die Finger davon weh? Vom durchdrücken ja. Ja. Man will nicht so doll drücken, aber man macht das trotzdem. Ich mach das, weil ich... Ach der Controller muss das... Der hat das schon kennengelernt von mir. Ja ne ich mein, aber man will das eigentlich nicht, aber man macht das trotzdem automatisch nach der Zeit. Äh, wir nehmen mal den hier. Aber irgendwie glaub ich nicht, dass Stefan weiterkommt, lass dir. Äh, hab er da. Hab er da, hä? Ne Stefan? Kannst du mal in die Kommentare schreiben. Wie nett. Ah, was? Okay. Okay. Okay, unsichtbarer Block. Hab da, hab da, hab da. Hab da, hab da, hab da. Ich hab vielleicht so beschissen gesaved, aber ich spiel da grad mit. Ich hab wirklich gut gesaved, aber... Warum bin ich zu blöd manchmal? Wenn ich dann auf den anderen drauf bin, renne ich natürlich gegen die Pflanze gegen. Wenn ich nicht mal unverwundbar bin. Das ist so kacke. Hab da. Weiß ich nicht. Da kommt nochmal Pilze oder was? Nein. Nein. Nein, da kommen keine Pilze mehr. Nein? Natürlich. Wie soll das gehen? Weiß ich nicht. Ich auch noch nicht. Und wie ich immer so schön sag, das schaff ich doch niemals im Leben, das geht doch gar nicht. Und zack, weiter. Kennst du das? Ja. The fuck? The fuck? Das sagt man nicht. Schnösel. Weht haben es wirklich. Oh, halbe Stunde. Ja, noch nicht wirklich, ne? Ich brauche an, wie lange man schon aufgenommen hat vorher. Na, ich weiß es nämlich nicht. Wie viele Minuten hast du jetzt drauf? 33. Okay, dann hattest du schon 4 Minuten. Ich muss ja unbedingt da gucken, wie das danach weitergeht. Oder wie es das weitergehen soll. Generell hier gucken, wie das weitergehen soll. Ja, bei dir. Ja, du hast ja schon wieder weiter als ich. Hab da. Hab da. Aber ich frag mich, wie manche Leute das so kurz hinkriegen, ne? Naja, manche Leute sind auch... Lange geübt. Ja, lange geübt. Manche schaffen das auch so. Weil die einfach ein Händchen irgendwie dafür haben. Ich hab auch ein Händchen dafür. NICHT! Kennst du den Glitch Mario in unter 5 Minuten durchzukriegen? Ne. Unser Startlevel. Da gibt's ein Glitch, da musst du ein paar Sachen machen und dann hast du das komplette Spiel durch. Okay. Geht auch über Konsole. Hat einer gezeigt, dass das geht. Warte mal. So. Aber ich würd mal sagen... Ben? Ich guck gerade mal was. So guck ich's gar nix. Ach so soll das gehen. Und jetzt? War ja klar, dass er ins Video wieder reinguckt. Mit einer Aufnahme. Nein, ich guck gerade nicht wirklich. Ich teste grad hier selber. Okay. Ja. Gut, Flash, ne? Nein. Nein, was nein? Ist jetzt grad nicht geil, Flash. Du weißt ja gar nicht, was ich sagen wollte. Okay. Trotzel. 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 Ah, da. Ich würd sagen, dass wir beenden wollen. Ja. Okay. Nachdem ich endlich mal geschafft habe, weiterzukommen, zu einer Flash natürlich auch wieder. Ja. Werden wir aber sagen. Bitt ich auch. Also Mario weg. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.